Nasenkorrektur, Begriffe und Techniken einfach erklärt. Die Rolle des Hautweichteilmantels. Ja, hallo, herzlich willkommen zum nächsten Video. Es geht um die Nasenkorrektur und Techniken und Begriffe, die da immer wieder fallen, die ich euch hier erklären möchte. Und heute möchte ich reden über die Haut bei der Nasenkorrektur. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und als allererstes muss man so ein bisschen mit der Vorstellung aufräumen, da ist einfach nur so ein bisschen Haut über der Nase. Also die besteht eigentlich aus Knochen und Knorpel und darüber liegt so ein bisschen Haut. Dem ist eben nicht so, sondern man spricht ganz bewusst nicht von der Haut, sondern vom sogenannten Hautweichteilmantel, der darüber liegt. Denn da ist Haut, da ist Fettgewebe an verschiedenen Stellen, da ist Muskulatur, da ist Bindegewebe. Also viele, viele verschiedene Typen von Gewebe, die einmal diesen Mantel bilden und die natürlich auch je nach Ausprägung des einzelnen Gewebes die Dicke dieses Mantels bestimmen. Und das ist eben etwas, was bei einer OP unglaublich berücksichtigt werden muss, obwohl man eigentlich nur wenig Einfluss darauf hat. Also das, was wir als Chirurgen verändern, ist eben primär das, was drunter liegt. Also der Knochen wird bearbeitet, der Knorpel wird umgeformt und am Ende legt sich dann dieser Hautweichteilmantel da drüber. Und man muss eben hoffen, dass sich dann die Form, die man am Knorpel und am Knochen geschaffen hat, sich auch abbildet, wenn der Mantel wieder drauf liegt und gut abgeschwollen ist, gut abgeheilt ist und so weiter. Und es gibt aber eben schon einiges an Vorbehandlung, an Nachbehandlung, aber auch an OP-Technik, was eben die unterschiedliche Dicke des Hautweichteilmantels zumindest so gut es geht berücksichtigt. Und das ist was, was man im Einzelfall dann eben sehr individuell besprechen muss, wie man vorgeht, wenn man das gut untersucht hat, gefühlt hat, getastet hat und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch die Problematik so ein bisschen erklären und freue mich, wenn das Video euch gefallen hat. Vielen Dank! Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und wenn ihr euch noch mehr mit dem Thema Nasenkorrektur auseinandersetzen wollt, schaut unsere Videos oder schaut auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da seht ihr all unsere Aktivitäten rund um dieses Thema und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns folgt.